ja hallo liebe filmfreunde und filmfreaks da draußen herzlich willkommen auf meinem kanal christians filmpalast heute geht es um ein neues vorstellungsvideo hier auf meinem kanal und ihr seht es schon heute zeige ich euch mal die resident evil steelbooks von 1 bis 5 die ich in meiner sammlung habe ich habe die jetzt auch schon länger meiner sammlung hatte die zu dem zeitpunkt wo ich sie gekauft habe relativ günstig bei amazon bekommen jetzt sieht das mit den preisen natürlich ein bisschen anders aus ich habe jetzt mal selber mal nachgeguckt also die preise sind jetzt wirklich extremst nach oben gegangen ich hatte glaube pro steelbook auf jeden fall war ich da knapp unter 15 euro gewesen ja und jetzt bezahlt man natürlich schon das doppelte naja nichtsdestotrotz ich wollte euch die dinger jetzt gerne mal vorstellen an den sechsten teil an das steelbook bin ich jetzt leider nicht dran gekommen weil es mir halt einfach preislich viel zu teuer war und ich würde sagen wir fangen einfach mal mit dem ersten teil an von dieser reihe ja zu den filmen die filme haben natürlich mit der besser gesagt mit den spielen die es natürlich gibt damals schon für playstation 1 2 und für die 3 und für die 4 und so weiter haben natürlich die filme damit nichts zu tun von der story her hier gibt es eine komplett andere story hier geht es natürlich hauptsächlich darum um die alice die gespielt wurde von der mila jukovic ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen und ja hier geht es darum wie gesagt die umbrella corporation hat insgeheim unter der erde ein labor eingerichtet und dadurch ist dann dieser haben sie diesen t virus entwickelt der ist dann ausgebrochen und dadurch sind dann halt natürlich die überlebenden menschen dann mutiert zu den berüchtigten zombies zu diesen untoten und ich muss auch ehrlich sagen die filme haben mir wirklich sehr sehr gut gefallen alleine man sieht auch die entwicklung von der von dem charakter alles sich wie sich der charakter in jedem teil verändert und ja hatte zwar halt mit den spielen nichts zu tun aber nichtsdestotrotz fand ich die filme richtig stark und ich mache jetzt einfach mal das erste stilbuch auf und wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an ja die filme stehen auch sehr stark in sehr stark in kritik weil einige sagen die film sind schlecht die sind scheiße ja also ich persönlich mir haben so gut gefallen und ja wie gesagt hier das steelbook vom ersten teil mit einer mini banderole sage ich jetzt mal ja die inhaltsangabe und die technischen daten wer den film noch nicht kennen kann hier mal kurz auf pause drücken muss ich das mal durch lesen ich habe es jetzt mal so ein bisschen angeschnitten ich will jetzt eigentlich auch nicht viel weiter über die filme jetzt nicht allzu viel erzählen nicht dass ich jetzt irgendwie ein spoiler damit oder sonst irgendwas ja wie gesagt dieses die book hier in einem richtig schön hochglanz leider keine prägung was ich ein bisschen schade fand aber trotzdem dieses rot richtig geil gemacht dann haben wir das bein und hier haben wir die rückseite sehr sehr stark und wir haben auch von innen einen schönen innen druck hier die disk zum ersten teil und hier ein schöner innen druck noch mit dabei also dieses die book kann sich auf jeden fall sehen lassen finde ich echt schön gemacht so dann würde ich sagen kommen wir jetzt natürlich gleich zum zweiten teil dieses die book ist in einem blau gehalten und ja da habe ich mich dann selber gewundert weil hier bei diesem teil diese banderole die beim ersten teil dabei war hier nicht dabei war obwohl es neu gekennzeichnet wurde wo als ich es gekauft habe und ja aber das war jetzt für mich jetzt nicht so schlimm dass diese banderole jetzt hier fehlt darauf kann ich jetzt verzichten sagen muss man so ja wie gesagt im zweiten teil geht es natürlich um alles weiter hier hat sich natürlich dann also ich gebe mal kurze inhaltliche angaben zu dem film nur mal ganz kurz drüber hier hat sich das virus weiter verbreitet und ist aus diesem unterirdischen labor an die oberfläche gekommen und breitet sich dann hier in wikun city rasend schnell aus ja und was natürlich auch sehr sehr geil ist an dem film muss ich ehrlich sagen hier das erste mal das auftreten von nemesis richtig stark gemacht fand ich richtig genial und auch diese nemesis dargestellt haben wie sie das gemacht haben also konnte sich auf jeden fall sehen lassen natürlich immer an kat version wie gesagt hier auch ein schöner innen druck mit dabei leider hat keine prägung aber ich muss sagen ein richtig schönes kräftiges blau dieses steelbook kann sich auf jeden fall sehen lassen ja so dann kommen wir zum dritten teil und hier ist wieder eine banderole dabei und da muss ich auch dazu sagen als ich das steelbook gekauft habe da musste ich es beim ersten mal sogar reklamieren beim weil da die list nicht funktioniert hat die ließ sich überhaupt nicht abspielen und weil er ein riesengroßer kratzer drauf war da hatte ich auch keine banderole mit dabei und da habe ich schon gemerkt okay alles klar das wurde schon mal verkauft und die banderole war nicht mit dabei so wie es halt beim zweiten teil ist aber beim zweiten teil wirklich alles mag ja los deswegen habe ich das steelbook behalten aber beim dritten teil beim ersten teil beim ersten versuch als ich es gekauft habe war es nicht so dann habe ich es dann doch noch mal bestellt und dann kam es auf jeden fall dann vernünftig an das ist vernünftig angekommen und disk funktioniert einwandfrei und das steelbook auch richtig schön gemacht in einem richtig strahlend strahlenden gelb also wahnsinn lässt sich auf jeden fall kann man sich auf jeden fall mal reinziehen ist ein schöner hingucker wie gesagt hier hat ist wieder so eine mini banderole mit dabei dann haben wir hier wieder die inhaltsangabe und technische daten ich muss sagen hier hätte man auch bei den steelbooks allgemein hätte man eine größere banderole machen können auch noch mit ein paar bildern aus dem film aber naja gut hat man halt hier drauf verzichtet finde ich ein bisschen schade aber naja gut ist nur mein persönlicher eindruck so dann zum steelbook selbst halt leider keine prägung mit dabei aber in einem richtig schönen hochglanz dann haben wir hier das bein und die rückseite auch ein sehr sehr scharfes bild muss ich muss ich wirklich sagen und wieder auch ein schöner innen druck dann hier die disk und hier sieht man den innen druck sehr sehr gut film fand ich auch klasse was ich dann nur so ein bisschen übertrieben fand muss ich ehrlich sagen an diesem teil fand ich dann wirklich dann jetzt so ein bisschen ja dass die kräfte von alice sehr sehr stark gewachsen sind dass sie dann jetzt hier so psycho psycho kinetische kräfte entwickelt hat weil sie natürlich auch mit dem team mit dem team virus sich infiziert hat ja aber ansonsten war der film eigentlich nicht schlecht konnte man sich auf jeden fall angucken so dann kommen wir jetzt zum vierten teil da haben wir hier dieses schöne steelbook in einem orange ton finde ich richtig stark auch wieder banderole mit dabei und hier setzt der film an wo der dritte teil aufgehört hat und ich muss wirklich sagen alle teile haben wirklich einen kompletten zusammenhang also hängen auf jeden fall miteinander zusammen haben eine komplett zusammenhängende geschichte so hier haben wir wieder die technischen daten die inhaltsangabe wie gesagt halt so mini banderole mit dabei die filme hängen auf jeden fall mit zusammen sie haben eine zusammenhängende zusammenhängende geschichte und im sechsten teil gab es ja auch natürlich ein großes finale aber zu dem finale werde ich jetzt nichts sagen weil es vielleicht doch einige geben könnte die den film noch nicht gesehen haben so wie gesagt dieses schöne steelbook hier von resident after life der vierte teil auch sehr sehr schön gestaltet und ich muss wirklich sagen von diesen steelbooks diese kräftigen farben also das hat schon was das ist schon richtiger hingucker das kann sich auf jeden fall sehen lassen so hier haben wir auch wieder einen schönen innen druck disk genauso gestaltet wie das cover sehr schön gemacht so und dann sind wir jetzt mit diesem steelbook jetzt hier auch schon durch und last but not least natürlich der fünfte teil resident evil retribution hier hatte ich wieder keine banderole mit dabei so wie es im zweiten teil jetzt so wie es vom steve vom zweiten teil aber dieses steelbook wenn es gebraucht war dann hätte das amazon damals halt vernünftig kennzeichnen können aber egal sei es drum vom preis her wie gesagt war es sehr sehr günstig gewesen ich habe nicht all zu viel bezahlt und ja wie gesagt hat hier leider keine banderole mit dabei aber ansonsten ein wirklich sehr sehr schönes steelbook wieder in einem schönen hochglanz schön hochglanz motiv also sieht wirklich sehr sehr aus dann haben wir hier wieder das bein und hier die rückseite und hier geht es natürlich auch hier geht es natürlich da weiter wo der vierte teil geendet hat und ich muss sagen wo ich den vierten teils erst einmal gesehen habe war ich natürlich dann ein bisschen erzürnt wo er zu ende war weil es hatte mit dem cliffhanger geendet und leider gottes hat der fünfte teil mit für mich persönlich mit einem riesengroßen cliffhanger geendet also wer das genauso sieht und wie dann der sechste teil dann gemacht wurde also gesagt wie es dann weitergegangen ist schreibt es mir einfach meine kommentare also von dem cliffhanger im fünften teil war ich ja war ich richtig abgefuckt wo es dann geendet wurde richtig spannend und ja dann auf einmal war der film zu ende ja wie gesagt hier bei dem steelbook auch wieder ein schönes innenmotiv sehr sehr scharfes bild auch die bluedes sehr scharfes bild hier drauf und halt ein schöner innen druck kann sich auf jeden fall sehen lassen so und dann bin ich auf jeden fall hier durch mit dem steelbooks von resident evil evil und ja schreibt mir doch einfach mal in die kommentare wie ihr dieses video gefallen hat oder besser gesagt auch mal allgemein wie ihr die filme findet schreibt ruhig mal rein und ja es wird auf jeden fall jetzt wieder ein paar mehr vorstellungs videos hier auf meinem kanal jetzt natürlich wieder geben ich habe mich ein bisschen zurückgehalten in letzter zeit aber ja gut es wird jetzt auf jeden fall wieder einiges folgen so damit bin ich jetzt hier durch und raus ich wünsche euch noch einen schönen tag bleibt gesund und bis zum nächsten mal